Trisomie Trisomie heißt eins zu viel. Sagt der Arzt. Das heißt ein Chromosom zu viel. Er sagt, das heißt... Ihr Kind hat ein Chromosom zu viel. Das heißt... Drei Chromosomen, wo zwei Chromosomen wohnen sollten. Eins zu viel. Verstehen Sie? Das... Sagt der Arzt zu uns. Doch wir sind drei. Wir sind drei. Wir sind... Eins zu viel? Eins zu viel sind wir nicht. Wir sind drei. Wir sind drei. Wir sind drei. Sie sind drei. Drei